Liebe Damen und Herren, wir heute Abend hier in der Freiener. Auf망t 3, die deutsche Juniormeisterin des 2. Jahrhundertsgrosse 23 Euro-Meisterschaften, für die Energischandärke Lena Schmitz. Auf망t 4, aus dem Jahrhundert der Junior- und Euro-Meisterschaften von 2009, die đôi-charf des grünen Meisterschaften vom Tieferscheid, Mark Heitzbach. Auf der Rade 5, Aus Russland, die Allmeisterin im Jahr Camp Roam. Aus der Rade 6, das ist der Gast aus Österreich, Karina Schremm. Heute sind im ersten Lauf von der Stühle der Täter, der Schmau. Untertitelung im Auftrag des ZDF, die Allmeisterin im Auftrag des ZDF, die Allmeisterin im Auftrag des ZDF, die Allmeisterin im Auftrag des ZDF. Wir sind auf 400 Bieter gekommen. 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 Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal!